So müssen wir uns wohl durch diesen Sternzerstörer arbeiten. Mit dem Hebel da oben sollten wir die Luke öffnen können. Ja, und ob du mir helfen wirst? Wegen dir sitze ich doch in diesem Schlamassel. Und die Kaffee, das habe ich auch noch nicht. Die Kaffee, das ist möchte ich ja nicht auch nicht mehr sehen. Ja, falls sich die Menschen beinahmen, da muss sie nicht mehr. Aber ich mich ja nicht mehr über die Anbieter sein. Ja, und das sollte ich nicht mehr klar sein. Ja, das ist nicht mehr cool. Ich glaube, wir haben ja noch mal raus. Ja, den Stück ist immer gut nach hinten. Ja, aber… Vielen Dank. 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 Hey. 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 Hey.